Schon sehr, sehr interessant, natürlich alles zu sehen hier, wie die alles zusammenbauen und gigantisch, wirklich. Ja, ja, ich meine, die Boxenstopfen dauern hier ein bisschen länger wie bei uns, aber interessant zu sehen und habe selber mal einen Reifen montiert, schön. Ja, ja klar, es ist wirklich, es ist sicherlich unglaublich hart, sehr lange Stunden und auch enorme Konzentration gefordert, dass nichts schief geht und dann auch die ganzen, handwerklich sicherlich auch sehr anspruchsvoll. Ganz klar, also wenn ich irgendwie ein bisschen dazu beitragen kann für Motivation oder so mit der Trophäe, was wir da gewonnen haben im Silverstone, ja, im Silberpfeil, das ist schon sehr schön.